ja genau und für meine zuschauer herzlich willkommen bei portal jetzt hat man gerade noch den steam screenshot modus soundcat und es ist jetzt das nächste rätsel und genau wo wir vorhin aufkehrt haben wo wir vorhin aufkehrt haben und wir lösen wir jetzt das um was sie ehrlich zufrieden die eine was muss man dem Ort erlangen ist das mit kurzem über den Eimer schon immer schon her wir müssen die ist auf jeden Fall anders Macher müssen ich doch ohne durch die Kämmer jetzt schon ganz kurz wir machen es schnell und zu klar wird Warte, 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 stell dich nicht mehr auf den Knopf auf, ich habe ganz eine gute Idee, schau was man da machen kann Genau Ach super Du Monster Monster Okay, dann muss man das so machen Ja genau Ja genau Na Moment so und du musst da hinten hin Mach das gleiche Nummer Machen wir das gleiche Nummer Was hast du gemacht, die Stufen sind gerade aufgegangen Ach chill mal Jetzt genau so Ach du müssen reide sein Du müssen scheide sein Da und du sitzt da hinten hier und da umart Mikrofon muted Verstehst das? Da Portal Und Do Portal Genau Mikrofon aktiviert Okay Jetzt müssen beide aktiviert sein, was gleichzeitig Jetzt kommt der Detektor wieder der coole Der Detektiv Der Detektiv Ich kann dir sagen, dass zumindest einer von dir sehr, sehr gut ist Und jetzt kommt so, dass sie nicht uns gegeneinander aufspehen Weißt du schon, dass nur einer und dann ist voll schlecht Und dass wir gegeneinander kämpfen und so weiter Und das ist die Story dann da davor Aber die passt irgendwie keiner auf Ich weiß, wir müssen uns dann eigentlich voll hassen Genau eigentlich, aber wir haben eigentlich voll die Best Buddies und so weiter Ja, was für schon so Friendship Dinger Ah ja, ich sechse Ah ja, ich sechse Du musst, ähm Mach, mach mal nur mal, wenn du jetzt das dritte Mal gewinnst Dann hast du, glaub ich, irgendeine Chiefment Ja Hast du eins? Ja Nur nicht, warte, nur noch mal Jetzt hab ich's mit mir an Oh 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 Wie du wieder hast Ja Voll ausrasten Ach, okay, das ist, das ist schwer Warte kurz, wir waren nicht gegangen Du musst Irgendjemand muss da um irgendwie, aber ich weiß nicht, auch du um Oh, das ist schwer Geh mal da durch, ey Durchs Rode Mhm So, und du weiterlaufen Lauf weiter Genau Noch weiterlaufen Genau Jetzt laufs Nein, nein, passt schon Jetzt gehst Ähm Genau, jetzt gehst du Setzt da Portal Du musst auch runterhupfen Und jetzt schiebe ich das nach oben und jetzt hupfst oben und setzt da das zweite Portal Mhm Genau, und jetzt hast du quasi einen Rückweg Jetzt gehst du nochmals weiter, genau Aufmerksam 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 Das war ein Schritt zweit Mhm Ja, okay Ja, okay Okay, nochmal Ich hoffe, ich hoffe nur, nur Portal, oder? Nein, wenn du Nein, wenn du stirbst, dann ist weg Mhm Chill kurz nach unten Genau, weiter Wie der DOS Portal hier sitzen Und da unten Genau, jetzt gehst du wieder weiter Weiter, weiter, weiter Neeee Neeee Haha 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 Hupf Haha One Science Collaboration Point Haha One Science Collaboration Point Ja, super Okay Was ist der DOS her? Mami wieder auf Ich bin oben Achso Lol Lol Ah, jetzt auch Genau So wie Angst Geh weiter Geh weiter Geh weiter Geh weiter Geh weiter Genau, bleib stehen Mhm Genau, stell dich rein Jo Genau Töste den Würfel Gehst zurück Gehst zurück Genau Alter Laufst zurück Genau Gehst, springst ins Portal rein Chill kurz Wart kurz Jetzt aufi Genau Boah Wart mal kurz Boah Chill Ja Passt Beziehungsweise Chill mal ganz kurz Ahja ok Spring obe Und du kriegst das Gave Yeah Lauf da durch eh Genau So Jetzt kannst du in der Durche jung Genau Und muss er denn wieder aus der Kämmer abgab damit weil sie sind es auch so die Trägerinste erster erster für Instanz im Jahr zum Beispiel aber es ist nicht schlimm wenn man die Stiftung ist und wir wissen wie es gestellt dann wird man gebannt Atlas, Peabody Peabody ist glaub ich irgendein so ein Kinderfilmer, dann kann das sein? Ich weiß es nicht ja, nicht genau ok übrigens das war super spät von Walter und Dean ja, haben wir das schon doch spät ja, das ressemblt euch irgendwie der Satz ist ah lol, was ist denn das? irgendwas lustiges ach, ich weiß schon du musst dann auf die Plattform, die dann da kommt chill boah, jetzt war ich fast reingefallen erstmal muss das gepowert werden, damit die Dinger aufgegehen oder? ach na, Moment, erst muss das gepowert werden gepowert aber das da genau, dann kannst du dir da drunter stehen jetzt lass mich kurz überlegen genau, dann kannst du dir da aufstehen und sobald jetzt chill kurz ich mach jetzt da Portal du gehst du nicht durch, ja? na sobald da unten die Plattform auszukommen kannst du da durchgehen gehst du da an der Plattform auf und dann musst du das und sobald ich dann hoke nur ist, du gehst du das musst aber schnell sein, weil das Portal da ist ziemlich weit unten jetzt machst du lieber ein wenig weiter auf mach ich mal laufe genau, weil sonst hast du nicht zu viel Zeit kannst du schon durchgehen, ne? schau her das ist ohne genau und jetzt warten wir ganz lang ganz lang du musst jetzt wieder auf den Verkenner überhaupt mal weißt du schon ja jetzt jetzt na, warten, warten, das andere muss ja auch noch in TG ok jetzt so jetzt springst du unten drunter genau und laufst weiter aber was du jetzt da musst, weiß ich nicht ähm ich muss jetzt ein Portal machen ah ok du musst du musst jetzt den wieder paunen und dann ah ja und dann da reinhupfen so ja ja ich sehe dich ja 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 ne 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 das trock und das ist genau und dann wütenう auf die und dann bringe ich die um genau oh Oh, da ist Suckers. Da ist Suckers. Da. Und Da. Da. Willkommen. Ah, lol. Yay. Warte, die CD. Hast du die Scheine geschmissen? Nein. Ich hab gar nichts gemacht. Wo ist denn die? Ich weiß es nicht. Ah, lol. Da ist ja eine Scheuter, die kann man aktivieren. Es ist, glaube ich, irgendwo CD und die Versteck, die muss man da einschmeißen. Ach, na, einfach nur gleichzeitig die Schulterdrucker, schau, da ist der zweite. Das ist ja easy. Eins, zwei, drei. Nein, das ist nicht gegangen. Mal. Warte, mach mal das schon richtig mit. Warte mal. Ach, komm schon. Orange ist penalized. Schaut aus, wie das Schallplatten nur in CD aussehen. Jetzt kommt die gewaltzame Demontage. Oh. Bis wir sie zensieren. Ich weiß nicht, ich hoffe es nicht. Oh, genau. Bis Hobi, ehrlich gesagt, schon gar nicht mehr gut. Ey, ich meine, die droht immer nur. So. Jetzt hätte ich mal nicht die Kursch. Was? Gleadus ist das Böse. Oh, Achievement, Teambuilding. All testingforces are currently available. Genau, und jetzt gehen wir zu 2 weiter. Und 2 ist, glaube ich, das da drüben. Oh. Das ist wieder das coole LED. Oh, mein Dubstep-Remix. Genau. So. Kommst du? Loll. Ach, stell dir mal bei der Zug genau. Und der hat furchtbar gerne Keks essen, aber das mache ich lieber in der Aufnahmephase. Da hätte ich auch gesagt, ist vielleicht besser für die Zuseher, dann müssen sie die nicht. Ja. Genau, macht man einfach die Töne noch, dann ist es nicht so schlimm, als da hat man es echt essen. Genau. Ach, what? Du musst oben und da und da drüben hier sitzen. Da und da drüben. Da und? Und da hier. Auf mein Rollsaufhe. Genau, und jetzt springe ich da ein, ich steckte das und dann hui und dann haut es mich bis da um. Und jetzt musst du raus, das gleiche für diesen. Da und da. Mein Hund fahre. Und dann da und da. Und springst du ein, ich stehe. Wow. Ja, nice. Oh. So, das Ganze ist schon ein bisschen schwieriger. Also, ich gehe jetzt einfach mal wieder auf. Viel Spaß. Und schau, was ich von da herum halt erblicken kann. Okay, also da ist es so eine Plattform. Mhm. Könnte man auch für, indem man da und da ein zieht macht. Was ich jetzt schon gemacht habe. Nein. Nicht ganz. Flump. Warte, wenn du da runter springst und ich da einsetze. Oder du da einsetze. Dann haut es dich voll da dagegen, ja. Dann, und dann da. Schwierig, quatsch. Da, na, das ist ja scheiße. Probieren wir es mal so, warte. Mhm. Dann kommst du da um. Genau. So, da ist jetzt irgendwie eine Schaltung. Gar nichts, weil ich müsste da um sein. Ach, du musst jetzt da um sein. Das heißt, du musst irgendwie zuerst da aufkommen. Dann geh ich mal da auf. Ich bin jetzt so oben, schau mal. Und du musst da, ich muss da, da muss ein paar Teile gesetzt sein. Ah ja, warte mal. Geht das überhaupt? Probier es mal. Ja, ich bin drin. Ah, ich hab gemeint, dass das da gegen die Wendt geht, weißt du. Du musst mir jetzt irgendwie da auch viel verfrachten, beziehungsweise kann ich selber eigentlich auch. So, dann so. So. Hui. Yay. Was ich da noch unbedingt sagen muss, ist. Warte mal kurz. Ich muss da aufhegen. Schau mich mal an, während ich, während ich, während ich, während ich dagegen gegen die Wendt, dann vielleicht. Schauen wir mal hinterher. Sechste, das ist bloß mit Feuer und Wendt ohne Haut. Und nun mal. Aber es kommt später nun mal. Also, die kannst du da, ich, was. Machen wir es nun mal. Haben wir ja Zeit. Moment. Do und do. Obacht. Na. Für der Vorführe fickt. Mh, 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 mh. Lala. Kannst du wieder rüber kämpfen? Okay. Einfach rüber springen. Ja, bin hier. Genau. Und du musst länger warten, beim nächsten Mal anmoderieren. Wo ich dir da bloß gesagt habe. Okay. Okay, dann, ähm. Bis zum nächsten Mal. Genau. Hau rein. Level 2 beim nächsten Mal. Und 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 und